Herzlich willkommen zu unserem Video über die besten Handrührgeräte auf dem Markt. In diesem Video werden wir Ihnen eine Auswahl der besten Handrührgeräte präsentieren, die derzeit erhältlich sind. Egal, ob Sie ein Hobbybäcker oder ein professioneller Küchenchef sind, ein gutes Handrührgerät ist ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrer Küche. Wir haben uns die Zeit genommen, die verschiedenen Optionen auf dem Markt zu durchsuchen und diejenigen ausgewählt, die am besten abschneiden. Wir werden Ihnen die wichtigsten Merkmale jedes Geräts vorstellen und Ihnen helfen, das beste Handrührgerät für Ihre Bedürfnisse zu finden. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns loslegen. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Krups GN 9101 3Mix 9000 Handrührgeräte. Das Krups GN 9101 3Mix 9000 Handrührgerät ist ein leistungsstarker und widerstandsfähiger Mixer, der mit einem 750 Watt Motor und Metall Elementen ausgestattet ist. Diese Kombination sorgt dafür, dass Sie Tag für Tag hervorragende Rührergebnisse erzielen. Egal, ob Sie luftige Schlagsahne oder feste, zähe Teige zubereiten möchten, dieser vielseitige Küchenmixer erledigt die Aufgabe mühelos. Mit dem Geschwindigkeitsregler, dem Turbomodus und der Pulsfunktion können Sie die Mischgeschwindigkeit mühelos anpassen und perfekte Ergebnisse erzielen. Egal, ob Sie langsam anfangen möchten oder eine höhere Geschwindigkeit für anspruchsvollere Rezepte benötigen, dieser Handmixer bietet die Flexibilität, die Sie brauchen. Neben seiner Leistungsfähigkeit überzeugt das Krups GN 9100 ein Handrührgerät auch durch sein elegantes Design. Das moderne Design mit ansprechenden polierten Details verleiht Ihrer Küche einen Hauch von Stil und Eleganz. Der Handmixer ist auch äußerst benutzerfreundlich. Er verfügt über einen ergonomischen Soft-Touch-Griff, der eine bessere Griffigkeit und Komfort beim Mixen bietet. Das lange Netzkabel ermöglicht Ihnen eine praktische Handhabung ohne Einschränkungen. Das Zubehör des Krups GN 9101 besteht aus rostfreiem Stahl, einschließlich solider Edelstahlquirle und Knethaken. Diese hochwertigen Materialien gewährleisten eine leistungsstärke Verarbeitung und optimale Ergebnisse bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsrezepte. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Braunhausholt Multimix 3 Handrührgerät. Das Braunhausholt Multimix 3 Handrührgerät ist mit seinen beeindruckenden Funktionen eine ausgezeichnete Wahl für alle Ihre Mischbedürfnisse in der Küche. Dank der Smart Mix Technologie, bei der der Motor vertikal ausgerichtet ist, wird eine optimale Gewichtsverteilung erreicht. Dadurch liegt das Handrührgerät angenehm in der Hand und ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung. Mit den fünf Geschwindigkeitsstufen und der Turbofunktion haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Mischvorgänge. Der ergonomische Drehregler zur Geschwindigkeitsanpassung ist bequem mit dem Daumen verstellbar und sorgt für eine präzise und komfortable Bedienung. Egal, ob Sie langsam anfangen möchten oder einen schnellen Schub für schwierigere Teige benötigen, dieses Handrührgerät bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität. Die Comfort Click Funktion ermöglicht eine einfache Handhabung, da alle Zubehörteile an einer Position angebracht werden können. Mit nur einem Klick können Sie das Zubehör austauschen und so nahtlos zwischen Quirlen, Knethacken und anderen Aufsätzen wechseln. Ein weiteres Highlight des Braunhausholt Multimix 3 Handrührgeräts ist der ergonomische Anti-Rutschgriff mit Softgrip. Dieser garantiert ein komfortables und sicheres Mixen, selbst bei höchster Stufe. Der rutschfeste Griff sorgt dafür, dass das Handrührgerät fest in Ihrer Hand liegt und Sie die volle Kontrolle über Ihre Mischvorgänge haben. Der flexible Kabelauslass des Handrührgeräts gewährleistet eine komfortable Handhabung. Das Kabel kann entsprechend Ihrer Bewegungen geschwenkt werden, so dass es Ihnen nicht im Weg steht und Ihnen maximale Flexibilität beim Mixen bietet. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Bosch Handrührer Styline MFQ 4835. Der Bosch Handrührer Styline MFQ 4835 ist ein hochwertiger Handrührer im eleganten Edelstahl-Look, der das Backen zu einem echten Vergnügen macht. Er zeichnet sich durch seine leise Arbeitsweise, sein geringes Gewicht und seine extreme Leistungsfähigkeit aus, was ein angenehmes Arbeiten ermöglicht. Mit einem extra kraftvollen 575 Watt Motor liefert dieser Handrührer beste Ergebnisse. Egal, ob Sie frisches Brot backen, Muffins für den Kindergeburtstag zubereiten oder Sahne schlagen möchten, dieser praktische Küchenhelfer erzielt im Nu perfekte Ergebnisse. Auch für die Zubereitung von Sahne, Mousse oder anderen köstlichen Desserts ist er ideal geeignet. Probieren Sie immer wieder neue Rezepte aus und entdecken Sie die Vielseitigkeit dieses Handrührers. Im Lieferumfang enthalten sind vier hocheffiziente Fein-Krimer-Turbobesen, die optimale Schlag- und Rührergebnisse sowie mehr Volumen in kürzerer Zeit gewährleisten. Zusätzlich gibt es zwei robuste Edelstahl-Knethaken für effizientes und komfortables Arbeiten. Sowohl die Rührbesen als auch die Knethaken können in der Spülmaschine gereinigt werden, was die Reinigung nach dem Gebrauch erleichtert. Die Bedienung des Handrührers ist dank des Soft-Touch-Handgriffs besonders einfach. Der ergonomische Griff sorgt dafür, dass das Gerät optimal in der Hand liegt und ein sicheres und bequemes Rühren gewährleistet ist. Mit einem Gewicht von nur 1,1 Kilogramm ist der Handrührer zudem besonders leicht und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Eine praktische Auswurftaste ermöglicht das einfache Entfernen der Fein-Krimer-Turbobesen und Knethaken mit nur einem Klick. Dies spart Zeit und erleichtert die Reinigung des Geräts. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Russell Hobbs Handrührgerät. Das Russell Hobbs Handrührgerät ist ein leistungsstarkes und praktisches Küchengerät, das das Mixen von Zutaten zu einem Kinderspiel macht. Mit seinen vielfältigen Funktionen und seinem stilvollen Design ist es ein Must-Have für jede Küche. Das Handrührgerät verfügt über vier Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion, die eine individuelle Anpassung der Mischgeschwindigkeit ermöglichen. Egal, ob Sie langsam anfangen möchten oder eine höhere Geschwindigkeit für anspruchsvollere Rezepte benötigen, dieses Gerät bietet Ihnen die gewünschte Flexibilität. Der ergonomische Soft-Touch-Griff sorgt für zusätzlichen Halt und Komfort während des Gebrauchs. Sie können das Gerät festgreifen, ohne dass es Ihnen aus der Hand rutscht und somit eine präzise Kontrolle über den Mischvorgang bewahren. Das Handrührgerät wird mit zwei Spülmaschinen geeigneten Helix-Quirlen aus Glasfaser verstärktem Nylon mit Edelstahlschaft geliefert. Diese Quirle sorgen für ein besonders effizientes und gründliches Mixen, das im Vergleich zu anderen Modellen um das Zweifache verbessert ist. Zudem sind zwei Spülmaschinen geeignete Knethaken aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Die Oberfläche des Handrührgeräts besteht aus hochwertigem Hochglanzkunststoff, der nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch eine elegante Optik verleiht. Das Gerät ist mit 500 Watt Leistung ausgestattet, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Braunhausholt Multimix 5 Handrührgerät. Das Braunhausholt Multimix 5 Handrührgerät ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Küchengerät, das Ihnen das Mixen von Zutaten erleichtert. Mit seiner Smart-Mix-Technologie, dem kraftvollen Motor und dem praktischen Zubehör ist es die perfekte Wahl für jeden Kochliebhaber. Die Smart-Mix-Technologie des Multimix 5 ermöglicht eine optimale Gewichtsverteilung dank der vertikalen Ausrichtung des Motors. Dadurch wird der Kraftaufwand beim Mixen um bis zu 40% reduziert. Sie können jetzt mühelos Ihre Lieblingsrezepte zubereiten, ohne dabei viel Kraft aufwenden zu müssen. Das Handrührgerät verfügt über ein nahtloses Design ohne Luftschlitze, was die Reinigung zum Kinderspiel macht. Mit der Easy-Clean-Funktion können Sie das Gerät schnell und hygienisch sauber halten. Keine lästigen Ablagerungen und schwer erreichbare Stellen mehr. Der Multimix 5 verfügt über einen kraftvollen Motor, der 50% mehr Leistung bietet als der Multimix 3. Mit dieser Leistung können Sie auch anspruchsvolle Rezepte problemlos ausführen, ohne dabei viel Kraftaufwand zu betreiben. Egal, ob Sie Suppen, Smoothies oder Shakes zubereiten möchten, dieses Handrührgerät ist optimal dafür geeignet. Der ergonomische Softgriff des Multimix 5 sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt während des Mischvorgangs, sogar auf höchster Stufe. Sie können sich auf ein angenehmes und sicheres Mixen verlassen, ohne dass Ihnen das Gerät aus der Hand rutscht. Zusammenfassend ist das Braun Household Multimix 5 Handrührgerät ein ausgezeichnetes Küchengerät mit beeindruckenden Funktionen. Von der optimalen Gewichtsverteilung über die einfache Reinigung bis hin zur kraftvollen Leistung und dem komfortablen Griff bietet es alles, was Sie für ein reibungsloses und effizientes Mixen benötigen. Bis zum nächsten Mal.